So, jetzt kommt diese Anti-Anti-Anti-Anti-Suit-Injunction. Man muss sich konzentrieren. Es gibt nur ein Slide, aber es gibt viel Text von mir. Ich versuche es ganz schlicht zu erklären. Es geht um standardessentielle Patente, umfeldstandardessentieller Patente. Es gibt einen SEP-Patent, SE-Patentinhaber und es gibt einen Verwender. Und der Patentinhaber macht den Verwender darauf aufmerksam, dass er der Meinung ist, dass er sein Patent benutzt. Standardessentiell, du verkaufst einen Videorekorder, der nach dem H265 arbeitet oder sowas. Ja, mein Patent ist in dem Standard drin und so weiter. Da kann man sich natürlich streiten. Da könnte der sagen, dein Patent ist überhaupt nicht standardessentiell. Aber vielleicht ist es ja doch standardessentiell. Vielleicht ist die Frage ja schon geklärt. Gehen wir mal davon aus, in diesem Fall, dass das Patent tatsächlich standardessentiell ist. Sind nicht alle, aber sind natürlich schon viele auch wirklich standardessentiell. So, dann gibt es EuGH, Huawei versus CTI und so weiter in Deutschland, Bundesgerichtshof, OEG Düsseldorf weiterentwickelt. Die müssen jetzt verhandeln. Darauf will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Der eine muss das, der andere muss das. Nach einer Weile haben sie sich vielleicht verhakt, weil der eine eine Milliarde gerne hätte als Zinsgebühren. Der andere meint aber angemessen, wäre nur eine Million. Ja, so. Sind die Verhandlungen jetzt gescheitert und ist jetzt der Verwender immer noch lizenzwillig? Der muss sich ja als lizenzwillig zeigen. Ja, sonst müsste er ja unterlassen. Er darf ja nur dann weitermachen. Ja, ja, ich nehme meine Lizenz. Kein Problem. Okay, ja. So, jetzt liegen die möglicherweise bei ihrer Betrachtung, was FRIEND ist, FAIR, REASONABLE, NON-DISCRIMINATORY und so weiter, liegen die möglicherweise auseinander. Ja, und jeder sagt dann, ich bin FAIR und der andere sagt wahrscheinlich auch, nein, nein, ich bin FAIR. Ja, und das Problem ist ja, es ist verdammt nicht einfach festzustellen, wie die Lizenzgebühr jetzt lauten sollte. Also da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und Höhen und wird allerdings mehr in-house gemacht, glaube ich, Markus, als in den Kanzleien und so. So, jetzt geht es hier nicht richtig weiter. Jetzt nehmen wir nur ein Beispiel. Der Verwender sei ein Chinese, das soll hier keine Diskriminierung sein oder so, und der SEP-Inhaber sei ein deutsches Unternehmen. Nur mal als Beispiel, weil das so schön passt. Ja, dann geht der Chinese hin und verklagt den Deutschen vor Gericht, in China mit irgendwelchen Tochterunternehmen und so weiter, ja, auf eine REASONABLE ROYALTY. Lässt in China vor Gericht eine REASONABLE ROYALTY festsetzen. In der Hoffnung natürlich, dass er in China irgendwie mit drei Euro davon kommt. Was sein kann. Ja, so, das gefällt dann natürlich dem nicht und der erhöht jetzt auch den Druck, weil es hier nicht weitergeht, erhöht er den Druck. Achso, ja, sorry, das war USA oder China. Der erhebt jetzt Verletzungsklage. Das muss ja noch nicht das Ende der Verhandlung sein. Ja, in der Verletzungsklage kann der Verwender ja immer noch sagen, wieso, ich bin doch lizenzwillig und ich habe doch alles getan, was ich tun muss. Ja, die Verletzungsklage natürlich in Deutschland. So, jetzt gibt es im Amerikanischen, in Common Law und auch in China die Möglichkeit für den Verwender, dem SAP-Inhaber diese Klage zu verbieten. Indem er nämlich eine Anti-Suit-Injunction in China holt. Ja, diese Anti-Suit-Injunction ist gegen den SAP-Inhaber gerichtet, nicht gegen das Gericht. Das Gericht, das kann man natürlich nicht machen. So, wenn du, wenn du, SAP-Inhaber, diese Klage nicht zurücknimmst und weiterverfolgst, zahlst du ein Strafgeld in Höhe von 100.000 Euro pro Tag. So, das ist in China zulässig. Das ist aber in Deutschland und Europa nicht zulässig. Also ist der Patentinhaber nicht faul, geht zum Gericht und holt sich eine Anti-Anti-Suit-Injunction. Wenn du, Verwender, es wagst, gegen mich dieses Strafgeld durchzusetzen, kriegst du genauso ein Strafgeld von mir. Das ist absolut korrekt, wurde auch, ich glaube, in jedem Fall gewährt. Ja, denn es ist mit dem deutschen Rechtsverständnis nicht vereinbar, eine Anti-Suit-Injunction, ein Prozessführungsverbot, das gibt es nicht. Das gibt es nicht nur in Deutschland nicht, das gibt es in Europa nicht. Ja, jeder darf jederzeit vor Gericht gehen und es ist dann Sache des Gerichts zu sagen, ja, Moment mal, ja, also so geht es aber nicht und so weiter. Ja, aber ein Prozessführungsverbot gibt es nicht. Es gibt ein Prozessführungsprivileg. So, dann sagt der aber, doch, ich darf das. Ja, lässt sich von seinem chinesischen Gericht bescheinigen, dass er das darf und dass der Patentinhaber das Strafgeld aus der Anti-Anti-Suit-Injunction wegen ihm nicht durchsetzen darf. Daraufhin sagt der natürlich, nee, das darfst du auch nicht und ich darf. Und das ist die Anti-Anti-Anti-Anti-Suit-Injunction. Ja, und in dem Moment haben natürlich alle das Gefühl, irgendwie ist er ein bisschen bescheuert. Also, das kann es irgendwie nicht, bitte? Ich glaube, hoch 4, ja, hoch 4, ich glaube, weiter sind sie noch nicht gekommen. Hoch n, ja, dann vollständige Injunktion, n plus 1, ne? Ist, glaube ich, noch nicht passiert. So, vielleicht bin ich jetzt, ich muss mal kurz gucken, ich habe ja ganz viel Text, ob ich alles erzählt habe. Ja. Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen nicht erzählt. Ja, also, der kann irgendwie so nicht weitergehen. Die EU-Kommission hat jetzt China vor der WTO verklagt, wegen dieser Geschichten hier. Weiß nicht, was da rauskommt. Ach ja, genau, ja, da gibt es noch einen Trick. Das Landgericht München 1 hat jetzt einen anderen Weg beschritten. Die haben gesagt, hier im Verlässungsprozess, wenn du eine Anti-Suite Injunction beantragst, betrachte ich dich als nicht mehr lizenzwillig. Mit der Folge, dass du diesen Prozess wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen verloren hast und unterlassen musst. sagen wir mal, das ist irgendwie eine hemmzarmlige Lösung. Ob das so richtig überzeugend ist, weiß ich nicht. Ja, ich meine, der ist ja vielleicht trotz allem immer noch lizenzwillig. Er findet nur, dass er eben nicht eine Milliarde zahlen sollte. Ja, also, und ich bin auch kein großer Fachmann von SEPs oder so, ja. Ich habe ein paar Gutachten geschrieben, aber nur über die Frage, ob ein Patentstandards essentiell nicht ist. Also diese Verhandlungen da, also das ist auch nicht meine Baustelle. Und alle, die damit zu tun haben, stöhnen immer nur und sagen, ach, das ist alles so schrecklich. Na gut, das Landgericht München hat jetzt also hier eine Abkürzung gefunden. Ja, da kann man sich die Stufe, die Stufe und die Stufe sparen. Sobald der da anfängt, hat er hier verloren. Geht sogar noch weiter. Der Patentinhaber darf den Verwender fragen, ob der Verwender beabsichtigt, eine Anti-Suite-Injunction zu beantragen. Antwortet er mit Ja, hat er dann hier gleich sofort verloren. Antwortet er nicht, hat er hier auch sofort verloren. Ja, also, okay. Also das ist Anti-Anti-Anti-Anti-Suite-Injunction. Das ist Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Ant